Ja, wo ist sie denn, die grüne Couch von TV Allgäu Nachrichten? Das rauszufinden wird in den nächsten Wochen Ihre Aufgabe sein, liebe Zuschauer. Denn ab kommenden Montag heißt es bei uns, einschalten, finden, gewinnen. Ja, wir werden unsere Couch, unsere grüne Couch, jeden Tag in unserer Sendung verstecken. Immer von Montag bis Freitag ist dann Suchen angesagt. Und zwar am Anfang wird es ein bisschen leichter werden und zum Ende dieser Aktion, die über mehrere Wochen geht, wird das Ganze schwieriger. Ich gebe vielleicht mal ein, zwei Beispiele. Am Anfang kann es sein, dass unsere Couch mal irgendwo auf der Piste zum Beispiel auftaucht. Und vielleicht in der letzten Woche dann ersetzt sie so ein klitzekleines Bild. Wenn Sie also die grüne Couch in einem unserer Beiträge gesehen haben, sagen Sie uns, wo sie versteckt ist. Rufen Sie an unter 0831 206 5713 oder schicken Sie eine E-Mail an gewinn.tv-allgäu.de. Denn zu gewinnen gibt es natürlich jede Menge. Also wir haben ganz buntes Potpourri an Preisen zusammengestellt. Da kommt eigentlich jeder auf seine Kosten. Und zwar gibt es beispielsweise für Konzerte, Eintrittskarten, aber auch für hochkarätige Sportveranstaltungen. Denn hier in der Region gibt es was zu gewinnen. Oder ein Beispiel ist noch ein Brauerei-Gasthof-Gutschein. Also da kann man sich dann kulinarisch verwöhnen lassen. Dürfte eigentlich für jeden was dabei sein. Mitmachen dürfen alle ab 18 Jahre. Teilnahmeschluss ist am nächsten Tag um 12 Uhr. Wir lassen dann das Los entscheiden und geben die Gewinner jeweils in der nächsten Sendung bekannt. Also halten Sie die Augen offen und finden Sie unsere grüne Couch.